ja leute willkommen zurück zu paladins ich spiel telus und diesmal mit allen also alle alles ist dabei so bei aktivierung ne eigentlich finde ich das immer am besten am limit wir spielen am limit ist wirklich eins meiner ne eigentlich sogar das lieblingsdeck was ich mit ihm habe und wir spielen eigentlich splash also jeder der da was anderes als das sprengschild nimmt ist echt dämlich also sie muss auf jeden fall sprengschild nehmen ok auf geht's und zack hallo terminus weg hallöchen ok hi oh shit ja ja ich wollte da raus aber ah ok da war gar wie kam ich denn da drauf dass da ne tür war komisch so hallo und hallo terminus und da hallo ja ja ich lass den nämlich auslaufen so einer der besten baits meiner meinung nach ist die dinge einfach auslaufen zu lassen so hi ja ja hab's gemerkt so ups im moment hab ich immer so die arschkarte so zack ach shit ja ok da haben zu viele gerade auf mich geachtet glaube ich das bist du wahrscheinlich lauftempo ja 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 so ok ich wollte mich gerade raus teleportieren wow ok die evie ist echt bösartig die deklassieren uns gerade jawoll danke so hallchen und erledigt hallchen schade ich dachte ich komm raus ich dachte ich komme raus damit really äh ja äh das war nicht so schön die erste runde ja ist gut du brauchst gar nicht anfangen zu meckern hier esch also das war von dir ne ganz ganz miese vorstellung und du nimmst absoluten bullshit chronos und ausbrenner du bist kein damager feierabend feierabend so ok auf geht's und da haben wir die evie so hi ach ach verdammt ach verdammt so hi ach schade wow ok die evie legt sich sogar mit drogos an schade schade ok schade ich hatte gehofft ich hatte gehofft dass sie genau in dem augenblick rauskommt zack zack jawoll und einmal hier hin und einmal weg mit dir weg mit dir und wo ist er hin schade zack ja okay ok ok hallo Herrnos Ja, ok Naja, ok Die wird ablaufen Ok, ich muss echt mal wieder Willow nehmen So, Hallöchen Und weg mit dir So, Lebensriss Ok Also eigentlich ist Talis eine coole Figur Das Problem ist, ich kann das Spiel erstens hier auf der Map nicht aufziehen Ich habe absolut den falschen Char für diese Map Weil Talis muss einfach die Möglichkeit haben Von der linken auf die rechte und dann wieder zurück zu switchen Und das habe ich hier nicht Oh, hi Ups Hi Hau ab Shit Man, ich komme nie zum Ulten So Ja, klar Ash Natürlich bleibt man einfach stehen und lässt sich von der Grumpy Bomb treffen Gute Idee Super Idee Ist die Eevee AFK gegangen? Weil die war vorher so präsent So Warum dachte ich gerade, ich kannte einen Doppelsprung Ich weiß es auch nicht So, zack Ich kann zumindest sagen, ich habe meine KD positiv gehalten Ja, ja, kam ich nicht weg Kam ich nicht weg Hatte ich keine Chance So 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 Ah, okay Okay Ja Zeig So Zack Wow Toll Ja Jawohl Leute Genau so Wobei Wobei die Grumpy Bomb war gut geschmissen Das muss man eben lassen Bevor die da reagieren konnten Mh Can you fucking heal? Zero kill Tell us suck Tell us sick Entschuldigung Nicht tell us suck Tell us sick Ähm Hm Ja Also Ich sag mal so Das Problem ist Liebe Ash Wenn du auf Damage gehst Dann sei doch nächstes Mal so gut Und dann kill auch mehr Leute als ich Und vor allem Wenn du Tank spielst Dann stirb weniger als ich So Du magst zwar mehr Damage gedrückt haben Aber das liegt auch hauptsächlich daran Dass das ein Splasher ist Und kein Direkter Damager So wie ich Beziehungsweise wir sind beide keine Damager So Also ich habe die meisten Kills gemacht Also von daher Was willst du eigentlich? Was willst du eigentlich? Ne Stimmt gar nicht Ich habe die zweite Maske Die hatten mehr Äh Ah ja Gut Klar Drogos Aber der hat sogar zwölf Kills gemacht Der hat nicht nur äh Zwölf Eliminierungen Der hat zwölf Kills gemacht Und Respekt dafür Ja Gut Aber äh Das ist wieder so typisch Also In letzter Zeit Nur solche Runden Naja Leute wenn es euch gefallen hat Ihr wisst Bescheid Hatsache rein Bis zum nächsten Mal Ciao 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 Vielen Dank.